hallo liebe zuschauer heute nehmen wir euch mit zur beach shangmon ja jetzt starten wir meine drohne und dann wollen wir mal sehen was in shangmong los ist in der corona zeit wie man sehen kann ist der strand leer niemand ist da aber jetzt möchte ich euch in ruhe lassen schaut euch die bilder an so Bis zum nächsten Mal. Diese Hotelanlage ist dieses Jahr fertiggestellt worden und ich finde, es ist keine architektonische Meisterleistung, sowas hier in diese schöne Landschaft normal einzubetten. Die einzelnen Bungalows sind mit Mauern umgeben. Ich würde mich da fühlen, als ob ich im Luxusknast wäre. Wie ihr sehen könnt, die Liegen sind alle leer. Kein Mensch ist da. Musik Im Hintergrund seht ihr Chaweng. Musik 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 Diese Insel waren 2016 noch unbewohnt. Musik 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 Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug an der Beach Shangmon gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Musik 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 Musik